Und du willst wieder CS mit mir machen? Kaut das weiter? Ja, was, was nix tut denn? Was ist CS? Achso Ich weiß was du... okay Ach, wusstest du echt nicht oder was? Nein, über die Gehirnschaltung ist ein bisschen... Willkommen zu Rage Mode Rage Mode Mit H0LLi H0LiLP H0LiLP Das ist H0LiLP Willkommen H0LiLP Hey, Mr. Moore Wir zocken ja jetzt Rage Mode Weil es ja in Mode ist heute zu ragen Ja, richtig Den H0LiLP, den kenne ich auch schon länger Seit 100 Jahren oder so Genau, 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 denn wir haben ja Miteinander, wir hatten ja ne Beziehung Ja, in Bremen Er kommt nämlich auch aus dem Action, wo ich Leben tun Ja Ah, verdammt So Ähm, ich habe heute mit dem H0LiLP Wow Ja, ich bin auch voll konzentriert gerade ey Mit H0LiLP haben wir heute was aufgenommen Genau, wir haben, wir haben ein bisschen Ähm, was haben wir gemacht? TNT, wir haben alles in die Luft gejagt Wie jetzt auch wieder TNT One und so haben wir gespielt Ja So, ok, wo bist du? Das ist ja verrückt jetzt Ich hab mir meinen Ton leiser gemacht, das ist ja mega laut Dieses ganze Boom Boom So, jetzt haben wir meinen Leiser gemacht Damit man unsere sexy Stimme ein bisschen mehr hört Und nicht nur Boom Yes Boom Boom Komm, wie viel Punkt hast du schon? Schlimmer als Dubstep, 50 Warum hast du euch kein geiles Dubstep Intro? Ähm, warum ich keins hab? Ähm, weil Es ist in der Mache Von H0LiLP Genau, aber als, als wir senden wollen Hat der aus Versehen den Bass gedroppt Und dann ist kaputt gegangen Oh Oh Ok, wie viel Punkte hast du? Oh, wer schießt da denn auf mich? Ich hab erst 55, weil ich grad richtig am abkacken bin Das ist gut Ich bin grad mehr am labern als am schießen Das ist gut, das ist wichtig Weil gewinnen ist ja Nebensache, ne? Hauptsache Spaß Du Arschloch, ich will gewinnen Ich hab die Minuspunkte verschafft, ja Ja, super, 50 Minuspunkte Das ist gemein Äh, das war Skill Nein, das ist gemein Einfach nur gemein Ich hab mir so viel Mühe gegeben Ich hab stundenlang an mir herumgespielt Nur für dich Das ist eklig Aber auch bisschen sexy Jetzt hast du mich wahrscheinlich schon eingeholt, oder? Du bist ja ein richtiges Kampfmonster Wär ich gerne, aber ich bin noch dritte am Abscheißen, eher gesagt Ich bin ein richtiges Scheißmonster Immerhin, immerhin ein Monster Ah Mist Verdammt, okay, okay, okay Ich hab 180 Punkte, wie sieht es bei dir aus? 165, Bitch Oh, jetzt geht's aber los, du Ich fand's krass wieder umgespielt Ich hab gestern so ein Match gesehen und der ist einfach gar nicht richtig angezogen Sondern einfach direkt geschossen und der Fall ist geflogen Wie ging das? Das kann ich aber auch nicht Das ist voll der Hacker Ich glaub, der springt gleichzeitig oder so Das ist halt ein Hacker, hab ich doch gesagt Hast du mir nicht zu und ich rede Was? Hast du was gesagt? Nein Hab ich nicht Ich rede nie, generell Genau Ich bin eher der schweigsame Typ Das weißt du doch Stimmt, ja Als ich dich besucht habe, ist auch nichts gesagt Das war ein bisschen komisch Wir saßen ihn einfach nur neben Ja Und haben geschwiegen Ich hab zwar mit dir geredet, aber irgendwie wolltest du nicht Irgendwie wolltest du nicht Ach Hanuli ey, was soll ich denn mit dir machen? Hör Ja Ich bin voll am abkacken irgendwie Nein Ja komm, hol dir den ersten Platz Jetzt kriegst du hin, glaub an dich Mr. Moor Dominic Mr. Moor vor noch ein Tor Joho Ich wurde getötet von irgendwem Richtiger Bastard Das find ich scheiße Das find ich scheiße Das find ich scheiße, dass man hier Leute tötet Ich hasse diese brutalen Gewaltspiele Ja Minecraft ist ein zu brutales Gewaltspiel Wir sollten weniger Minecraft spielen Ey, da ist einer vor uns Der hat schon 915 Punkte Und mehr Counter Strike Bitte was? Was? Ich bin zwar Ich bin zwar Platz 2 Aber da ist einer vor mir Der hat einfach schon 940 Punkte Ja, was geht denn da? Das ist ein Cheater Alles was mehr Punkte als Mr. Moor ist Cheater Natürlich Den jeder weiß Moor setzt Standard Standerte Standarte Oh Das wollte ich nicht Aua Was? Ich bin nur noch Platz 3 Oh Ich wurde überholt Von? 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 Ja, von wem? Aber nicht von dir Schade Der ist auch so ein ungespielt gerade gewesen da Der springt und trifft und freut sich Ja Ja, das ist irgendwie ein krasser Trick hier Spring und zack und Bums Und Bums Ich hake mich ganz selber in die Luft ey Oh, wer ist das? Nein! Nicht Hanuni LP What the fuuuu? Den Nahkampf Ja, ich bin jetzt Ob jetzt nur noch Platz 3 Weil ich so scheiße bin Wer ist auf Platz Wir sind auf irgendeinem Platz Ich weiß es gar nicht Ich weiß gar nicht wo es steht Bei 5 Minuten 5 Minuten ist Ende oder? Ja oder der Typ erreicht 1000 Punkte Dann ist auch vorbei Wie bei mir einfach ganz kurz still Ah hat er schon Hat er schon Hat er schon So ein Bastard Achso Er war ja trotzdem Quatsch Das ist doch das nett Wir gönnen jedem den Sieg Nein! Du! Ok, ich meine ich habe dir das gegönnt Ich habe dir das gegönnt Du gönnst mir alles, oder? Alles gönnst du mir Du bist dann Wow Du hast meine Haare irgendwie Grasiert Und habe mich getötet Das war das schönste daran Ach das ist die Call of Duty Map, ne? Call of Duty Map Genau die mit dem Flugzeug Der kenne ich jetzt erst Ich mag Flugzeuge Vor allem wenn sie in irgendwelche Häuser fliegen What? Dann sind sie am hübschesten What? What? Holly mag nackte Frauen Was ab? Ja, aber Wenn die nicht in Häuser fliegen Die nackten Frauen Was? Das ist doch gerade das interessante daran Du verrückter du Ich bin doch nicht verrückt Hast du mich gerade verrückt genannt? Du Nuss Nimm das zurück ey Hast du mich gerade Nuss genannt? Nein, nein Wer ist der Typ auf dem ersten Platz? Luca Okay, alle auf Luca ey Guck mal wie Punkte er hat 1400 1400 ey, meine Fresse Das ist ja Rittiger Shooter Das ist vorbei Du hast Platz 3 Ja, ich wurde noch überholt Ganz knapp Ganz knapp Ganz knapp von Luca Nein, von dem Horror Ghost Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder Weil Eine Runde können wir noch anhängen Wir haben jetzt 6 Minuten hier verbracht Ah super, gut dann eine Runde und die wird besser als sonst Kam mir vor wie 30 oder so Da sind wir wieder Willkommen Ich steck fest Ich steck auch fest Ey, das ist das Schiff Von Call of Duty Oh, das mag ich sehr Die Map mag ich sehr Ja Genau wie mich Ja, ja, ja Weil du mich auch sehr an Call of Duty erinnerst Aber nett von dir Das hat mir noch niemals zu mir gesagt Ja Yes, ab dem Punkt Oh, verdammt Luca wahrscheinlich schon Hatte schon 1000 Das ist gar nicht viel Der Luca Gott sei Dank Der kann er sein Der war schon ein bisschen heavy Der Luca, der war mir zu kass Ich wurde von hinten Ich wurde von hinten Ordentlich rasiert Ich wurde gerade von hinten mit der Axt getötet Das hat mich zum Wein gebracht Verdammt Egal, Wein nicht, Wein nicht Guck mal, es gibt Schlimmeres als eine Axt in den Rücken Wie zum Beispiel Zweiecks Weniger als 40.000 Abonnenten Aber du hast doch 40.000 Abonnenten Ja, stimmt Ja, ja, siehst du Deswegen ist das nur halb so schlimm Ah, ja Du bist so ein behindertes Stück Scheiße Was? Okay, gut Der Mr. Moor muss aggressiv werden Dann spielt er am besten Dann spielt er am besten Los, Mr. Moor Lass deine Wut raus Aber nicht an mir Ja, mach ich doch Mega konzentriert Am Shootern Uuuuh Scheiße Du hast ne 5er Kiste Wie? 5er Killstreak Das ist gut Killstreak ist immer gut Hab ich gehört Nimm die Axt weg Verdammt Ich mach grad Spawn Camping Ja, das war ja klar Warte mal, wer ist denn da? Mr. Moor Da oben campt der 5er Killstreak Alter, wie du da campst unglaublich Ja, bin jetzt aber gestorben Ich hasse campen ja eigentlich Aber wenn ich das mache Aber jetzt muss es sein Ja, 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 genau Ich bin ein Pony Und du bist ein Pony Das ist verrückt, ey Das ist verrückt, ey Die sterben die ganze Zeit vor mir Kannst du mal aufhören, mir die Kills wegzunehmen? Bin ich gar nicht Als ob So, pass auf, erstmal mit Papetten Axt Ich sterbe hier einfach so, ne? Nein, nein, hör auf damit, Mr. Moor Wir sind in einem Team Du hast Glück gehabt, ich wurde getötet Du hast Glück gehabt, ich wurde nochmal getötet Scheiße, ey, aber es läuft eigentlich ganz gut Es läuft eigentlich ganz gut Jetzt darf ich ihn nicht nachlassen Ich verkacke richtig momentan Aber du bist auf dem ersten Platz Zweiter Oh Weißt du, was hinter dir ist? Oh, ich hab nicht getroffen Das war das Schlechteste, was ich je abgeleistet habe Abgeleistet, ja Puh Leistung ist immer gut Ich sag jetzt nur noch einen Scheiß irgendwie Weil ich voll konzentriert bin Du auch? Ja, ja, ähm Wie geht's dir sonst in Bremen? Steht noch alles? Ja, äh, es ist noch alles da Ich bin fleißig am Raubüberfälle planen Ja, ich fand's auch toll, als wir uns getroffen haben Dass du einfach mal drei Meter größer warst als ich Finde ich immer sexy Nur gerade mal Ja, ihr müsst wissen Holly wirkt zwar in seinen Videos nicht so Aber er ist eigentlich ziemlich Klar, ja Ich hab, ich hab ne Anfrage Ob ich ein Hobbit spielen so, äh, möchte Bekommt, das sagt ja schon alles Ja, und die Haare an den Füßen hat er auch schon Richtig Ich bin richtig runtergegangen mit meinen Punkten Das ist richtig traurig Oh komm schon, Mr. Moor, Mr. Moor, komm schon 100520, das kriegen wir hinten, das kriegen wir hin Schon wieder von ne Axt von hinten getötet Das ist ja lächerlich Das ist ärgerlich Das ist ärgerlich Und ich hab ihn nicht getroffen mit ner Axt Was? Oh Mann Wieso treffe ich ihn nicht? Das macht mich wütend, Mr. Moor Warum macht dich sowas denn wütend, Johnny? Ja, ihr müsst wissen, er heißt in real life Johnny Ja, äh, jetzt hast du's verraten, Mann Heißt du aber Heißt du doch gar nicht, hä? Weiß ich gar nicht Weiß ich gar nicht, wie ich gerade heiße, mir wurde das Gehirn weggesprengt, er hier Ja, viele wissen ja auch nicht, dass Mr. Moor heißt ihn echt gar nicht, Mr. Moor Das stimmt, das ist ne Lüge Warum verkack ich die Hunde eigentlich so hart? Ich hab noch nie so schlecht, äh, Rage Mod gespielt wie heute Ernsthaft? Komm schon, das ist ja, weil du aufgeregt bist, weil du Du willst eigentlich wieder weiter Genau, und du willst wieder CS mit mir machen Counter Strike? Ja Was, was, was denkst du denn? Was ist CS? Achso Ich weiß, was du... Okay Ach, wusstest du echt nicht, oder was? Nein, über die Gehirnschaltung So ein bisschen, aber, äh, spät reagiert, sag ich mal so Okay Ich dachte wirklich so, was für ein Counter Strike? Ja, das mein ich natürlich, hallo? Da dreht er sich um und kippt mich noch mit seiner verhurten Axt, Alter Ja, diese Äxte, die sollte man verbieten, ey Dass Barack Obama einfach nichts dagegen tut, ne? Ist echt scheiße von Barack Ja, ja, das ist schon sehr ärgerlich Puh Stirb Yes Ja, mach dir da hinten gucken Oh nein, ich hab dich getötet Du Sau, mein Telefon klingelt schon wieder Du Sau Aber ich will da nicht rangehen Ich bin nämlich beschäftigt Ah, ist das Nein, 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 ja, ja, egal, egal Da musst du sagen, Barack, hey, wenn ich einen aufnehme, dann darfst du nicht anrufen Die USA ist echt nervig langsam Ja Immer am diplomatischen Verhandeln mit mir Puh Aber alles mit mir lernt, dass ich das aufesse Ähh Na Du kannst es ja auch wieder, also Wieder Du bist ein Wiederkäuer Achja, wäre eine Kuh Ja, kannst du den einfach wiedergeben Zack, fertig Puh Ich bin sogar wieder Rubbler Wieder Rubbler? Bitte was? Heißt das, du kannst unendlich Kinder herstellen? Oh ja Ja Das ist, das ist krass In Massen In Millionengrößen Wenn ich Lust habe Du bist Erster, du Spasti Bitte was? Hä? Erster? Ja Huch Huch Was ist das denn? Ich hab nicht mal richtig gespielt Ich bin gerade mal Platz Ja? Wir haben was unten, Alter Ich bin richtig kacke gewesen Scheiße, ja Mr. Muck, hast du aufgenommen? Nein, nein Nein, sowas nicht Das war Hustmode Hustmode Ja, bist du zufrieden mit der Runde? Nächste ist echt hoch Oh Aber viele wissen ja Gar nicht, dass du mich gewinnen lassen hast Holly steht in der Beschreibung Als Holly-Nator Hanuli-Nator Holly-Nator, yes Hanuli-Nator, yes Hanuli-Nator, yes Ich komm da auch nicht klar Ich hatte auch einen Kanal Hanuli-TV Hab ich ihn genannt Wusstest du nicht? Nein Tja Wir sehen uns dann im nächsten wieder Guckt bei ihm vorbei für TNT Tech und TNT One Genau Da waren wir besser unterwegs Bis dann Und Tschüss Das geht zu weit Ich geh weg